WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Dann geh mal höher, du. Nicht gleich hier runterhau. Ich weiß nicht mehr, Javier, wir können nichts folgen. Lass uns ein bisschen weiterhauen. Vielleicht holen wir den Weg wieder. Gibt es noch mehr Spuren? Fast schon. Komm schon. Schau, da oben. Siehst du das? Oh, jetzt hab ich heute da zu Fuß hoch. Gut. Machen wir das mit dem Pferd. Oh, jetzt hab ich heute da zu Fuß hoch. Gut. Machen wir das mit dem Pferd. Boah, geh rauf auf das Pferd an. Du's jetzt. Wäre ich dein Pferd auch drunten stehen lassen können, ne? Also. Was? Moment. Vitamin, clarity. F diciendo, bitte. No, 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 das ist ruhig. ным naja er sich mault ich kann mir nicht mehr maulen er trammelt uns ein fahrer drin aber schön ist hier was jetzt er es hier 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 Okay, von hier. Watch your stand. It's real slippery. Stay close to the wall. Up here. Come on. Konnte aber richtig gut brüllen, wenn er so ein Ende weit weg ist, ne? Ja, ja. Dafür müssen wir ziemlich lange laufen. Das muss ich auch sagen. So durch den Sturm hindurch und so. Ja. Geh mal ein Schluck aus der Pulle hier. Und wenn wir Schmurzer, schmeißt ja die Flasche einfach weg, du. Höchstlich. Aber da hat das leider noch keinen interessiert. Marston, du hörst mich? John. John. I'm here. Down on the left. That's John. You're coming. Down here. That was there. All right. Hot down, Marston. Warum hat er sich da hochgeschleppt? Warum ist er nicht einfach in dem Dings liegen geblieben? In den Spalt, da wo wir gerade drin waren, ne? Wäre Wind geschützt gewesen, hätte auch nochmal ein Schluck aus der Pulle genommen in der Wind gewesen. Ich fühle mich nicht. Sie haben die Skriptschreiber anders gesehen. Flaschen. Und den kappeln die jetzt so weit zurück wieder, ja? Wäre doch Quatsch, wenn nicht. Wäre doch Quatsch, wenn nicht. Weißt du doch, kennst du doch und sowas. Ich muss es wirklich selbst tun. Also ihr seht es nicht, weil ich davor sitze. Mit W, A, S, D und und und. Außer hier ist so eine... Da sind sie. Na, dann mal ran hier. Na, dann mal ran. Die Schütze sind schon mal ganz klasse daneben gegangen. Ganz großes Kontraktier. Fuck. Ja. Joa, die fügeln uns durch grad. Oha. Oha, du. Das war schon mal der erste Tod, du. Das ist süß, da sind das Wunsch dabei. Ist das die falsche Waffe? Nee. Mit Schrot will ich sie wegmachen. Ich kann auch... Nee, ich hab die Schrot nämlich mitgenommen. Ich hab doch mal andere Wolfe beibehalten sollen. Ja, komm. Wollen wir doch mal gucken. Wollen wir noch andere Dings haben hier. Ja. Du musst du... Du musst du ab da inzwischen nicht bringen. Ja, warte mal. Dadurch, dass man nur einmal schießt und dann gleich nachladen muss, verlierst du ja eine volle Zeit. Naja, ich kann zwei, ne? Ich muss bloß einen erstmal treffen. Oh, jetzt hab ich sie euch. Ihr Dreckssäcke! Ihr Dreckszüllen! Okay, lass uns gehen, bevor noch mehr von diesen Basterden kommen. Na dann. A part. Wollen wir noch mehr kommen. Ich fühle mich nicht so gut. Du bist gut. Ich hab auch mal gewechselt, ob wir wollen, ne? Ich hab schon mal ganz gut aus, dass wir gleich hier am Anfang gestorben sind. Nicht schlecht, ne? Oh, wo will das Pferd hin? Wo willst du hin? Denkst du, das Pferd geht gerade rum? Ey. Ja, siehst. Das ist das gerade, was ich meine. Alter, genau das. Komm schon, dann. Lass uns zurück zu den anderen. Was ist los, Arthur? Ja, komm. Weiter geht's. Oh, das fühlt sich gut. Du bist gut. Das werden wir noch öfter sehen. Glaub mal. Hey, oben geritten, den Wolf, du. Bist es so leicht manchmal, ne? Manchmal, also... You had a hell of a time. Arthur always says... I'm lucky. None of us are lucky right now. Should ride in the water for a bit. Try to lose the scent. Don't want to leave the trail right back to camp. You know? We're going to need to come up with a better story for that scar. So... Freezing... Was so kalt für ein Pferd? Darf ich niemals zurückreiten? Damn near getting eaten the death ain't good enough for you. Here. Let's cross to the left. Yeah. Come on. Let's push hard and get back. Let's push hard and get back. Wir brauchen Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Komm, du schaust ihn! Du bist leid! Du bist leid! Hier geht's, hier geht's! Ah, beviel dich! Du bist leid, das ist dein Fuß! Komm, wir werden dich warm! Danke, danke, beide! Das ist ein neues Lohn, sogar bei deinen Sägen. Danke, Arthens. Danke. Any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss. When the weather breaks, I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That's civilization! I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. So, und ich hab schon wieder keinen Bock auf Schnee. Überhaupt nicht. Keinen Bock. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait and thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So, what now, Dutch? We get strong, we get warm, and we wait. When the storm breaks, we move. But we're safe here. Warm enough. Cool. No, there's nothing in it. Schade. No. Not doubtful. Just worried. We have been shot at before, Jose. I am eight stars. Let's go with mission, and and and. No. I hope not. Es schneit immer noch. So, mal auf hier. So, mal auf hier. So, mal auf hier. So, mal auf hier. Stop it! Now, you fools punching each other when Como Driscoll's needn't punching hard. You wanna sit around waiting for him to come find us? All of you. We got work to do. Come on. You sure about this, Dutch? Yes. We've been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You... You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Martha. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. But Colm? Always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train. Now you... You... I'm getting too old for that life. Mr. Matthews. Mr. Smith. Mr. Pearson. Would you please look after the place? There are O'Driscoll's about... Mr. Pearson. Mr. Pearson, how he'sset is. He was saying... Mr. Pearson, did you see all these supplies and will be sent? Yes. Mr. Pearson. You said follow the main site in South West. That's right. That is so. Der Cab near some lake! Okay! Let's go find these bastards before they find us and rob this moor of their planet! We're going to ride, so I mean, a good moment too I'm not sure Okay! You know I got your back I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll Wait for him and people you love will die This fuse between you and him It needs to be put to rest one way or another It will be Some things I can't forgive others I can't forget What he did to Annabelle I can't do neither You killed his brother, Dutch Yes! I did! And I hope the bastards will be reunited soon enough That's not going to be so bad No, 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 no. Let's be close Whoa! Whoa! Hold up here! Whoa there! All right gentlemen This is it Good Push Goddamn Ready Ready, Dutch Good Now Mr. Morgan and I We're gonna head up here a little See if we can't get a sense of the layout of the camp Mr. Williamson Mr. Bell You two take up position just outside the camp Mr. Summers Mr. Escuela You two Hold position here Let's go Go There they are That's definitely them Home? I think so 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 5 5 5 5 5 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 1 10 8 9 7 9 10 12 12 12 13 14 14 14 14 21 15 15 der europa die gar nicht russer gewohnt sei ein guter mal bei dieser berlin natsch ein bisschen mehr geht gerade ein bisschen so hin und wieder Fühlt mir wirklich leid. Das ist immer, wenn so viel Schnee im Bild ist. Das ist mir auch schon aufgefallen. So, lass fahr dein mal vorgehen hier. Ich geh vor. Du kommst nach. Opa. Mach das. Oh, meine Damen und Herren, die Säcke machen wir lang. Fängt er sich vor? Na, der geht vor. Die Säcke machen. Na ja, dann. Komm. Hm. Oh, sieben Stunden sind wir drin, du. Nee. Bleib hoch! Komm schon, folge mich! Machen wir die Säcke lang, das ist der erste. Zwei, drei, den Turm nicht vergessen. Nee, bin ich noch nicht. Nein, Moment. Seh nämlich noch nichts. Oh, jetzt haben wir uns gesehen, so jetzt geht's los. Jetzt, mein Dumbledore. Das ist der gute Ende. Das ist der gute Ende. Ich bin auf dem Turm. Das ist der gute Ende. Ich bin auf dem Turm. 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 Oh man, $1.503. Oh, 5 Euro haben wir, du. Ist ja hart. Oder was hast du gesagt, 5 Dollar? Ja. All right.